Athener Nationalmuseum oben, auf dem Roofgarten des Museum Hotels. Die Acropolis, Fantastico! Hier ein Eurodrahtzaun und hier der Lycabetas. Das geht so für 70 Euro pro Nacht. Sehr schön! Gut gelegen! Von hier, die nächste Bahnstation ist Victoria Station. Hier ist Maiomion und da kommt es dann weiter zu Syntagma und dann geht es zu Acropolis. Und in diese Richtung, wenn ich mich nicht täusche, da fahre ich immer lang in Richtung Korinth.